100.000 Menschen demonstrieren, ein Schwimmbad wird geschlossen, ein Park wird geschlossen, drei Tage Ausnahmezustand in einer deutschen Stadt. Und warum das Ganze? Weil es einen Parteitag der AfD gibt. Das ist Demokratie in Deutschland 2024 und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ende Juni wird in Essen der Bundesparteitag der AfD stattfinden, ein regulärer, ordnungsgemäßer Parteitag. Und es gibt hier schon zahlreiche Verlautbarungen und Anmeldungen von über 15 Veranstaltungen, die rund um diesen Parteitag stattfinden sollen. Es ist keine Veranstaltung dabei, die diesen Parteitag hier quasi unterstützt, sondern es richtet sich ausschließlich gegen diesen Parteitag. Und da muss man mal wieder sich ins Gedächtnis rufen, für was Parteitage eigentlich da sind und für alle, die gegen solche Parteitage vorgehen, wie sie es denn mit der Demokratie so halten. Und jetzt braucht keiner hier kommen und mit dem freien Versammlungsrecht argumentieren. Ja, das haben die Leute. Aber sie wollen hier die Partei stören und zwar bei Folgendem. Ein ordentlicher Parteitag soll ein satzungsgemäßes Funktionieren der innerparteilichen Demokratie gewährleisten. Das ist der Sinn und Zweck, warum die AfD einen Bundesparteitag abhält. Nicht, weil sie Lust dazu hat, sondern weil sie nach dem Parteiengesetz sogar gesetzlich dazu verpflichtet ist. Einen solchen Parteitag abzuhalten. Das stört allerdings die ganzen linken NGOs und Gruppen, vor allem auch die IG Metall nicht, die hier sogar Busse chartert, die ab dem VW-Werk in Braunschweig und Hannover abfahren werden, um hier Stimmung zu machen, Kante zu zeigen, gegen rechts, wie sie sagen. Und da muss ich sagen, Leute, sorry. In einer Demokratie müssen wir es aushalten, dass es andere Meinungen gibt. Und vor allem sollten wir dafür sorgen, dass wir uns gegenseitig nicht in den Veranstaltungen der Parteien, die hier gesetzlich vorgeschrieben sind, zu stören. Hier wird quasi mit öffentlichem Druck, der Bürgermeister von Essen will das Ganze hier natürlich anführen, will man mit öffentlichem Druck alle dazu nötigen, hier gegen die AfD auf die Straße zu gehen. Und da sage ich, Leute, haltet euch mal eine ganze Nummer zurück. Das, was die Leute politisch für eine Einstellung haben, das ist Privatsache. Das geht im Zweifel niemandem was an. Auch die Caritas, die hier aufgerufen hat, jeder, der die AfD will, darf nicht bei der Caritas arbeiten. Denn, Leute, das funktioniert so nicht, das hat nichts mit Demokratie zu tun, sondern wir wollen gewisse Leute anderen Leuten vorschreiben, was sie zu denken und zu wählen haben. Und dass das in diesem Land schon mal schief gegangen ist, das wissen wir nur zu gut. Deswegen sollte man äußerst vorsichtig mit solchen Sachen umgehen. Und vor allem, was passiert denn jetzt hier? Es werden hier aktuell 78.000 Demonstranten erwartet. Man erwartet bei gutem Wetter über 100.000 Demonstranten, die gegen einen Parteitag von 600 Delegierten demonstrieren. Alleine, was das an Arbeitsstunden für die Polizei bedeutet, was das für einen Aufwand bedeutet, auch ob alle klimaneutral anreisen, das wage ich doch sehr stark zu bezweifeln. Alles im Kampf gegen rechts, alles gegen die AfD, anstatt sich um die wirklichen Probleme in diesem Land zu kümmern, dass 100.000 Leute mal gegen das Kalifat in Hamburg auf die Straße gehen. Nein, gegen den ordentlichen Parteitag, den die AfD hier gesetzlicherweise durchführen muss. Es wird auch die Parteispitze neu gewählt. Man legt die Stadt Essen lahm. Man legt die Stadt Essen soweit lahm, dass hier im Zuge der Sicherheitsvorkehrungen sagt die Stadt selbst, der Ordnungsdezernent der Stadt, Christian Kromberg, sagt gegenüber der WAZ, der Kruger Park und das Kruger Bad vor Ort werden für drei Tage geschlossen. Und jetzt passt auf, warum wird es geschlossen? Weil die Demonstrierenden eben nicht so demokratisch sind, wie sie immer vorgeben. Diese Maßnahme solle nach, Zitat der Stadt, diese Maßnahme solle das Risiko minimieren, dass Störer die Messehalle, in der der AfD-Parteitag stattfinden soll, stürmen können. Ah, weil man jetzt quasi schon weiß mit den Sicherheitsbehörden, dass das Gewaltpotenzial bei denen, die da demonstrieren, demonstrieren auf ihrem Grundrecht, auf dem sie hier waren. Aber eigentlich sind es geplante Straftaten, die hier vollzogen werden sollen, nicht von allen 100.000. Nein, das möchte ich gar nicht unterstellen. Aber der Sinn und der Zweck eines Parteitages ist doch, die innerparteiliche Demokratie nach vorne zu stellen. Es gibt hier einen gesetzlichen Schutzauftrag. Und hier wäre der Gesetzgeber mal gefordert, das Demonstrationsverbot an Parteitagen, die gesetzlich vorgeschrieben sind, dort mit einer Bannmeile zu versehen, damit es nicht passieren kann, dass auf einmal 100.000 Leute bei dem nächsten SPD-Bundesparteitag vor der Halle stehen und diese Regierung zum Teufel jagen möchte. Denn wer Wind sät, wird Sturm ernten. Frau Giffey war es erst zuletzt, die erschrocken war darüber, was es denn für Angriffe gegen Politiker gab. Nun, wenn man jahrelang dabei zugeschaut hat, wie die Leute der AfD vermöbelt und verbrügelt wurden, dann braucht man sich nicht wundern, wenn sich das Blatt auf einmal gegen einen wendet. Das ist leider Deutschland 2024. Das ist bittere Realität. Mir tut es leid, um alle in der Stadt Essen, die an diesen drei Tagen jetzt zum Beispiel nicht ins Schwimmbad gehen können, eigentlich wollten nur 600 Bundesdelegierte der AfD dort einen kleinen Parteitag machen. Das Hotel hätte noch etwas verdient an dieser ganzen Sache. Stattdessen gibt es jetzt hier ein Massen-Event, initiiert von Verbänden, Arbeitgebern und Gewerkschaften, um gegen eine noch demokratisch erlaubte Partei in diesem Land öffentlich vorzugehen und vor allem, um gesellschaftlichen Druck aufzubauen. Ja, ich kenne viele, die lassen sich dazu hinreißen, gegen rechts auf die Straße zu gehen, weil es für sie gesellschaftlich besser ist, man wird dort mal gesehen, als man wird dort nicht gesehen. Das ist leider wirklich bittere Realität in diesem Land und im Ausland sind wir noch the great land, great Germany, wie alle immer sagen. Von Tag zu Tag wird es allerdings weniger und wie das Ganze jetzt hier in Essen ausgeht, ich erwarte leider Dutzende Verletzte, vor allem verletzte Polizeibeamte, weil sich viele Leute nicht an die Regeln halten können, die wir in diesem Land alle zu befolgen haben, ob einem das nun passt oder nicht. Wir müssen uns alle an Recht und Gesetz halten. Und so ist es hier aktuell noch erlaubt, dort zu demonstrieren, aber alleine diese Aufmerksamkeit der AfD hier zu schenken, das zeugt doch wirklich nicht von Größe, sondern von Inszenierung. Man möchte hier wieder gesehen werden im Kampf gegen rechts. Ich erinnere mich auch aus meiner Jugend an Veranstaltungen der NPD in meiner Stadt. Da kam dann ein VW-Bus, da saßen dann fünf, sechs Leute drin mit drei, vier Plakaten und wegen fünf, sechs Leuten gab es dann hunderte Leute mit Menschenketten und Solidaritätsaktionen, anstatt dass man diese fünf, sechs Leute da alleine stehen gelassen hätte, auf weiter Flur. Nein, man schenkt ihnen Aufmerksamkeit, indem man noch so zahlreich dort erscheint. Und so wollen sie wohl auch, dass hier gar nicht über den Inhalt des Parteitages dann gesprochen wird, sondern lediglich Demonstrationen davor, danach und währenddessen. Und eventuell gibt es ja dann sogar einen Stimmungsversuch, den die Behörden hier schon im Vorfeld versuchen zu unterbinden. Da frage ich mich immer, was habt ihr denn eigentlich für eine Gefahrenanalyse gemacht? Seid ihr euch denn sicher, dass diese Demonstrationen dort so abgehalten werden können? Und die Gegenfrage ist, wie viele Beamte des BKA müssen diesmal im Einsatz sein, um gewählte Politiker und Vertreter von Parteien hier zu schützen? Es ist ein armes Deutschland, es ist ein trauriges Armutszeugnis für dieses Land, dass wir bei Parteiveranstaltungen inzwischen Busse organisieren, um dorthin zu fahren, um Stimmung zu machen, gegen Leute, die einfach eine andere Meinung vertreten. Man muss die Meinung nicht teilen, man muss sie nicht akzeptieren, aber man muss sie aushalten können. Damit bin ich gespannt, wie du das Ganze siehst. Schreib mir das mal unter das Video und damit bis bald.